Ja, jetzt gibt's die Gas. Mal gucken, ob das was bringt mit der Verklebung der Lande. Ja, der vibriert auch sehr stark. So, jetzt geht's die Gas. Ah, da sieht man diese Dekatzen. Keine Wunde, dass die Maschine da unten handelt. Viele haben hier das Problem. Keine Wunderschöne Wunderschöne Wunderschöne. Also ich habe die Gummimache mit doppelseitigem Kohleband hier festgelegt und die Füße mit Kunststoffpapier. Um das Schwein zu halten. Ja, das ist bei einem. Ja, das ist bei einem. Ja, das ist bei einem. Ja, das ist bei einem.